Hallo und herzlich willkommen bei EPIC. Wie man ein Gürtelsetup sinnvoll aufbaut, erfahrt ihr in diesem Video. Ich habe euch ja jetzt neulich schon den Jetbuild Hybrid von MD-Taxi vorgestellt, da ich den benutze, um jetzt auch mein IFAC gescheit am Gürtel festzumachen. Und in dem Rahmen habe ich jetzt das komplette Setup neu aufgebaut und welche Gedanken ich mir da gemacht habe, warum alles da ist, wo es ist und was überhaupt alles an meinem Gürtel ist, das erkläre ich jetzt. Zunächst einmal ist wichtig, dass ihr euch Gedanken macht, wofür ihr den Gürtel überhaupt braucht. Für den Sport, fürs jagdliche Schießen als Durchgeschützen bei der Drückjagd oder wirklich für euren Kampfeinsatz. Wenn ihr den Gedanken gemacht habt, bei mir ist es für Schießkurse und als Durchgeschütze bei Drückjagden habe ich den Gürtel aufgebaut, dass da alles Wichtige dran ist. Wenn ihr das wisst, wofür da ist, dann ist noch wichtig, dass ihr euch klar macht, ob ihr sonst noch Ausrüstung habt. Mein Gürtel kann allein so benutzt werden, wie er jetzt ist. Das heißt, ich brauche keinen Rucksack oder Plattenträger dazu. Es ist alles Wichtige dran. Ein Plattenträger und Rucksack wären bei mir immer nur Ergänzungen zu diesem Gürtel. Der Gürtel funktioniert auch alleine. Was habe ich jetzt alles am Gürtel? Der Reihe nach zuerst den Utility Pouch. Den benutze ich, um alles Mögliche mitzunehmen, was man so zugriffsbereit haben muss. Ich habe einen Karabiner dranhängen. Da hängen meine Handschuhe dran und mein Gehörschutz, wenn ich den nicht haben möchte. Und in dem Hauptwach habe ich jetzt oft lose Patronen drin, egal ob man bei der Jagd jetzt bestimmte Munitionen dabei haben will, mit denen man dann laden können muss. Oder auch beim Sportschießen, weil wir dürfen ja in beiden Fällen nicht die 30er Magazine voll machen. Und dann gehen außer den Patronen kann man natürlich da noch alles Mögliche reinmachen. Zigarettenschachteln, Kaugummi, Bonbons, was der Geier was. Als nächstes habe ich natürlich eine Kurzwaffe am Gürtel. Das ist sehr wichtig als Backup, egal ob man jetzt sportlich schießt und Kurzwaffe schießen will, ob man das im Einsatz als lebensrettendes Backup braucht oder bei der Jagd als Fangschuss. Als Backup vom Backup habe ich dann noch ein Messer am Gürtel, auch als Werkzeug. Das sollte man immer dabei haben, ob man damit jetzt abfängt oder was durchschneidet, Seile. Auch ein sehr wichtiger Ausrüstungsgegenstand. Und dann habe ich natürlich noch ein IFAK am Gürtel. Man sollte nicht nur Zeug dabei haben, wo man verletzen kann, sondern auch Verletzungen wieder versorgen kann. Das rettet einem im Ernstfall und auch den Kameraden das Leben. Ein sehr, sehr wichtiger Ausrüstungsgegenstand. Dann habe ich einen Damp-Pouch am Gürtel. Den benutze ich primär, um leere Magazine oder halbleere Magazine, die ich gewechselt habe, schnell verstauen zu können. Man kann natürlich auch sonst, wenn man irgendwas einsammelt, wenn man gerade irgendwo unterwegs ist, da schnell verstauen. Das ist sicher weggepackt und nervt einen nicht. Und als letztes sollte man natürlich seine Hauptwaffe und die Backup immer einsatzbereit halten können. Dazu habe ich am Gürtel dann noch ein Lang-Waffen-Magazin und zwei Kurzwaffen-Magazine, um immer nachladen zu können. Wenn wir jetzt wissen, was wir am Gürtel haben wollen, dann müssen wir priorisieren, was am wichtigsten ist. Viele Sachen ergeben sich dann eh hin, weil sie nach rechts müssen oder nach links müssen, je nachdem in der Hand, mit der man es braucht. Dann kommen sich die Sachen gar nicht ins Gehege. Als erstes und wichtigstes für mich am Gürtel ist das IFAK. Das rettet euch im Notfall das Leben. Ich möchte mit beiden Händen an meinen IFAK kommen und möchte, dass es mich sonst an nicht groß stört. Deswegen habe ich es hinten in der Mitte. Ich kann mit der rechten Hand und mit der linken Hand hinten rankommen und es wegreißen und nach vorne ziehen. Im Zweifelsfall rettet euch eure Backup-Waffe das Leben. Daher ist meine Kurzwaffe auf der linken Seite als Linkshänder auf 9 Uhr gut zu erreichen, schnell zu ziehen. Sehr wichtig, deswegen direkt als nächstes am Gürtel. Ich will die Kurzwaffe dann natürlich sauber einsatzbereit halten und schnell einsatzbereit halten können, weil wenn ich die Pistole benutze, ist es meistens eher Notfall. Deswegen kommen als nächstes die Kurzwaffen-Magazine. Die habe ich als Linkshänder auf der rechten Seite, da ich mit der rechten Hand nachlade. Komme ich schnell ran, sind vorne, behindern mich, dass sie tief am Gürtel sitzen, auch nicht in der Bewegungsfreiheit. Das heißt, ich kann mich immer noch nach vorne beugen und sie stören mich nicht. Deswegen auch als nächstes das Lang-Waffen-Magazin sitzt dahinter. An der Seite leicht nach hinten. Ich komme immer noch mit der rechten Hand gut ran. Im allergrößten Notfall würde ich sogar mit der linken Hand hinten rum kommen zum Nachladen, wenn ich das einhändig machen müsste, weil meine rechte Hand verletzt ist. Und da es so weit hinten sitzt, stört es mich dann auch nicht in meiner Bewegung. Wenn ich die Lang-Waffe nachlade, habe ich meistens ja noch das leere Magazin von davor in der Hand. Deshalb sitzt mein Dump-Pouch direkt unter dem Lang-Waffen-Magazin. Ich kann das alte Magazin rausnehmen, in den Dump-Pouch reinstecken und in der gleichen Bewegung, während ich die Hand aus dem Dump-Pouch nehme, mein Lang-Waffen-Magazin ziehen und in die Waffe wieder einführen. Als Backup oder für Werkzeug habe ich das Messer noch am Gürtel, als Linkshänder auf die linken Seite. Da es unwichtiger ist als die Kurzwaffe, habe ich es dahinter gesetzt. Ich komme immer noch sauber ran. Das Wegstecken ist natürlich dann ein bisschen schwieriger, aber wenn man ein Messer wegsteckt, hat man Zeit oder das Messer ist so unwichtig, dass man es einfach fallen lässt. Und dann haben wir noch den Utility-Pouch als letztes übrig. Den habe ich vorne hingesetzt. Ich habe den Gürtel leicht verdreht mit der Schnelle. Das ist für mich angenehmer, weil ich doch einen ganz kleinen Bauch habe. Die Utility-Pouch hingegen stört mich überhaupt nicht. Hängt so tief am Gürtel. Ich komme gut ran. Mit der linken Hand kann ich rein. Ich kann aber auch mit der rechten Hand reingehen und rausholen, was da drin ist. Es ist einfach Platz, der noch frei war am Gürtel. Deswegen kommt der Utility-Pouch da nach vorne hin. Zusammengefasst noch mal, was wichtig ist. Zuerst mal müsst ihr euch Gedanken machen, wofür braucht ihr den Gürtel überhaupt und ist der Gürtel in Kombination mit anderen Ausrüstungsteilen oder soll er alleine funktionieren. Durch die Überlegung wisst ihr dann, was an euren Gürtel rankommt, was ihr braucht. Und wenn ihr die Liste habt, was ihr braucht, dann macht ihr euch erst die Gedanken, wo genau an den Gürtel es hinkommt. Wenn ihr die Reihenfolge einhaltet, werdet ihr relativ schnell ein ziemlich funktionables Setup an eurem Gürtel haben. Eine Überlegung noch zum Schluss. Wenn ihr Ausrüstungsteile auch an anderen Gürtel verwendet, wie zum Beispiel benutze ich das Messer hier auch im EDC an meinem Alltagsgürtel, dann steckt es doch vielleicht einfach an die gleiche Stelle hin. Dann habt ihr immer, wenn ihr einen bestimmten Ausrüstungsgegenstand wollt, den gleichen Handgriff. Wie ich zum Beispiel, wenn ich mein Messer will, greife ich immer an die gleiche Stelle, egal an welchen Gürteln oder wie ich mit der Ausrüstung unterwegs bin. Und wie seht ihr das denn? Macht ihr das genauso? Haben wir irgendwas vergessen? Gibt es noch irgendwas, was man erwähnen sollte? Falls euch da was einfällt, dann lasst doch gerne einen Kommentar da. So Lele, dann hoffe ich, ihr habt was gelernt und euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst doch ein Like und ein Abo da und aktiviert die Glocke. Dann werdet ihr schnell über die neuesten Videos informiert. Und dann hoffe ich, sehen wir uns bald wieder, hier bei Epic Rule. Das war's für heute. Das war's für heute.